So willst du also dein Leben verbringen? Ein Drink? Ich schreibe jede Nacht über die Korruption in dieser Stadt. Und du tust gar nichts. Unsere Top-Story heute, der Zeitungsmogul James Reed ist tot und hinterlässt sein Medienimperium seinem Sohn. Das mit deinem Vater tut mir leid. Jetzt, da er tot ist, merke ich, ich habe mein ganzes Leben lang noch nichts Gutes vollbracht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Willst du mal was Cooles sehen? Wow! Den hast du restauriert? Was hast du von meinem Vater gehalten? Er war ein vielschichtiger Mann. Denk mal kurz nach, Kato. Wir haben unser Potenzial völlig vergeudet. Diese Stadt braucht unsere Hilfe. Wir könnten Helden sein. Wir werden uns wie Ganoven benehmen, um an die bösen Jungs ranzukommen. So kommt keiner auf die Idee, dass wir in Wirklichkeit die Guten sind. Begleitest du mich bei diesem Abenteuer? Okay. Ja. Wie nennen wir ihn? The Green Hornet. Ich bin Lenore Case, ihre neue Sekretärin. Perfekt. Ich will den Kopf der Green Hornet und ich will ihn heute Nacht. Du bist das menschgewordene Schweizer Taschenmesser. Immer wenn man denkt, cooler kannst du nicht werden, kommst du mit was Coolerem an. Was ist das? Eine Gaspistole. Wie soll die denn funktionieren? Hey, okay. Rock'n'Roll, Kato. Es ist rot. Stopp! Stopp! Die haben uns geblitzt. Wow, darf ich auch mal?